Oh. Er hat eine Minute Zeit. What? What? What ist das? Mann! Was ist das denn? Das kann er doch nicht machen. Ja, eigentlich könnte Butch auch mal mitspielen, oder? Der hat schon mal gespielt für Buff Morris gegen uns. Auch unter der 1000-Sektion, oder wo war er? Die niedrigste, die es gab, so 800. Nein, weiß nicht. Ah ja, Sebo sagt, war ein Mauslip. Ja, schade, schade. Passiert. Passiert auch den Besten. Von daher macht er nichts draus. So, die läuft schon, ne? Ja, ich bin drin. Ich bin drin. Die haben auch schon gewettet. Okay, Italienisch. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen die Qualifikation zum World Cup verfolgt hast, Georges? Nein, nicht so viel. Wieso? Was war da? Da gab es auch ein paar richtig böse Mauslips. Aber so böse. Okay. Also zum Beispiel Alexenko gegen Krasenkov steht besser im Turmenspiel. Oder es waren noch Läufer drauf. Und er stellt seinen Bauern nach H3 statt nach H4. Und verliert den Läufer auf G5. Muss direkt aufgeben und ist raus. Und Krasenkov zum World Cup. Oh, okay. Krass. Ja, richtig mies. Naja. Ich war mehr mit... Ja, natürlich mit dem anderen Turnier beschäftigt. Das ist klar. Magnus Karlsson beschäftigt. Ja. Zum Beispiel viele Group Prix der Damen. Den verfolge ich auch nur so stiefmütterlich. Auch nicht wirklich. Also den verfolge ich gar nicht. Bin ich ganz ehrlich. Der findet in Gibraltar statt, ne? Mhm. So. Merlin, wie immer. Fast jeden Zug a Tempo hier. Kennen wir nicht anders. Ist ein Zauberer. Er spielt super schnell immer. Für alle meine Subs, die spielen noch heute Abend. Bitte zieht nicht zu schnell. Lasst euch Zeit. Das schont meine Nerven. Und es gibt keinen Preis zu gewinnen für zu schnelle Spiele. Lukas sagt, neulich hat Kugel die 1900 geknackt. Ja, aber in Rapid. In Rapid, nicht im Blitz. Ja, Rapid. Ja, Arik Braun hat es geschafft. Stimmt, das habe ich gesehen. Das hat mich natürlich gefreut. Ja. Der Arik. Stark gegen Rackmanov mit Schwarz gewonnen. Und dann mit Weiß. Und irgendjemand hat es noch geschafft von den Deutschen. Rasmus. Rasmus hat es geschafft. Rasmus gegen Mofsesian. Ja, stimmt. Aber Donchenko, Blühbaum, Kollas haben es alle nicht gepackt. Ja. Der Date bei Drake. Danke für den Prime. Okay, bisher hier vernünftige Öffnung von beiden Seiten. Der Springer auf E7 könnte ein bisschen aktiver auf F6 stehen. Aber okay, D4 jetzt durchgesetzt. Sieht sehr harmonisch aus, was Weiß gemacht hat. Man könnte jetzt einmal schlagen und mit D5 dagegenhalten. Das ist so ein typisches Manöver. Einmal schlagen, dann D5. Und so direkt das Zentrum wieder brechen. Mhm. Da haben wir die 7. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Mal gucken, was Merlin jetzt spielt. Was er hier zaubert. Ja, Termini-Mitte, oder? D5 gefällt mir nicht. Nee, aber... Das legt den Läufer hier... Ja. Erstmal auf Eis, auf C4. Oh, Läufer bitte zurückziehen und dann B4. Dann ist die Puppe weg. Mal gucken, ob er das sieht. Der ist schon fast weg, ja. Der Springer steht schlecht am Rand. Greift zwar den Läufer an, aber wenn weiß... Ja, dann müssen wir zuerst die Läufer abtauschen und dann den Läufer zurückziehen. Äh... Hä? Hä? Wieso? Wieso nicht sofort? Na, weil ich sonst tauschen kann und B6 spielen kann. Ja, aber Läufer B6, Springer C4? Ja, gut, klar. Klar, klar. Aber ich meine, willst du, dass ich auf E3 schlage? Ist auch nicht so ein Träumchen, ne? Nein, nicht da mit E3. Mitras sagt, meine beiden Lieblings-Shach-Streamer. Der Abend wird wie der Knaller. Jihau! Was hat er wirklich gesagt? Das hier haben wir nicht von dir. Nee. Tatsächlich nicht. Ja, findest du schön, dass bei der unter 400-Kategorie beide nicht unter 400 sind? Ja, komm. Jetzt hört auf, so pepseliger als der Papst zu sein hier. Die haben sich halt verbessert. Was wollen wir noch machen? Die spielen halt Partien und... Ja, die sind bei uns im Team jeweils und natürlich werden die dann noch besser. Das ist doch klar. Solche Stellungen mit geschlossenem, relativ geschlossenem Zentrum sind schwierig zu spielen auf diesem Niveau, glaube ich, weil man muss auf die Flügel ausweichen. Und ja, was gibt es hier für Pläne mit Weiß? Es gibt den Plan Springer H4 nach F5. Das ist ein logischer Plan. G4 zuerst vielleicht. Ja, das ist nicht gut. Er greift den B7 an, aber der hängt sowieso nicht. Aus schwarzer Sicht würde ich sowas wie F5 versuchen mal zu spielen oder C6. Naja, er deckt den Bauern, er hatte Angst, aber der hing gar nicht. Na gut. Die Dame steht auf B3 komplett falsch. Ich würde wahrscheinlich jetzt sowas wie G4 machen und Springer H4 mit Weiß. und dann den Springer nach F5 überführen. Oder Springer H4 zuerst und dann Springer F5. Ja, C4 ist okay. Irgendwann wird Schwarz von sich aus F5 machen, weil er keinen anderen Zug mehr sieht. Ja, F5 ist doch gut. Auf geht's. Bam, bam. Ja, man könnte eventuell G4... Und der Gabel mit G4, ne? G4 halt, ne? Es passiert gerade nicht viel. Beide... Nichts ist angegriffen so richtig. Ja, jetzt wird noch mehr geschlossen. A4... Damit vernimmt sich, weil es eigentlich Möglichkeiten. Ja. Man muss eigentlich sowas wie... Ey, Puff, danke dir für den Raid, mein Lieber. Kuss geht raus. Puff! Puff, Puff, was sagt denn Puff dazu? Wollen wir mal kurz hören. Danke, Video Bamberg. So, wenn jetzt Weiß nimmt und Schwarz nimmt zurück, dann müsste G4 eigentlich eine Figur gewinnen. Ja, Freunde? Wenn egal, wie Schwarz zurücknimmt, es müsste G4, müsste eine Figur gewinnen für zwei Bauern. Für zwei Bauern. Wobei es schon ein gewisses Spiel bekommt, also zum Beispiel Springer schlägt F5, G4 Lauf schlägt G4 und dann Springer G3. Bekommt Schwarz durchaus Spiel, wenn das kommt. Irina sagt, warum wird unser Chat ignoriert? Irina, ich sehe alles. Ist denn G4 so schwierig zu sehen gewesen, Chat? Er hat mal wieder sehr schnell gezogen. Er hat mal wieder sehr schnell gezogen. Ja, er spielt sehr schnell immer. Was ist bei Remi mit den Kanalpunkten? Nichts. Na, kann man nicht auf Remi wetten oder was? Ne, nur Sieger. Es gibt immer nur zwei Möglichkeiten bei den Kanalwetten. So, Schwarz kann jetzt einen Bauern gewinnen. Dame D3, Dame schlägt D4. Ist nicht schwierig zu sehen. Komm. Komm. Dann verliert er zwar einen Bauern auf A4, aber... Ah, ist recht. Shit. Aber es wäre trotzdem... So ist es besser. Guck mal, er macht es besser. Wieso, er kann doch schlagen, jetzt Lauf-F3. Ja, das stimmt auch wieder. Oder Tommy 8 spielen. Aber dann kommt der Springer vielleicht nach E6. Hm. A-Member. Oder A-Member auch. A-Member, das klingt wie dieses... Ne, das ist A-Webber. So ein Mail-Programm. Naja. Tommy 8. Okay. Ja. Gefällt mir, das Schwarz-Himmer. Ja, greift den E4 an. Da haben wir die Drei. Okay. Und jetzt kann man den A4 vernaschen. Simon the Bridge, danke dir. Ahoi, Landrat. Zurück, du Landrat. Ja, aber... Ja, stimmt. Schwarz steht hier sehr ordentlich. Er hat es gesehen. Er nimmt den A4. Okay, den D4 sollte man auch nehmen. Und dann ist die Frage, was macht Schwarz jetzt? B5 kann man überlegen? Oder irgendwie in einen Schach geben? Oder Dame C2 sieht eigentlich gut aus. Dame C2 rein da in die gute Stube. Na sicher, in die Olga. Das hast du gesagt. Dame C2. Der sagt Butch immer. Glaube ich zumindest. Das kann jetzt kein Maßstab sein. Butch ist der Maßstab schlechthin auf Twitch inzwischen. Aha, wirklich, ja? Hast du schon Angst um deine Position als deutscher Spieler? Meine Vormachtstellung auf YouTube, die ist mir am wichtigsten, Niklas. Ach, wirklich, jetzt? Sicher. Wieso jetzt? Na, ich dachte, auf Twitch läuft der Hase. Ach, Quatsch. YouTube. Da läuft, du weißt ganz genau, wo der Hase läuft. Bei YouTube. Ja, okay, wenn du das sagst. Bald die 100.000 voll. Aber du bist eingeladen zu meinem Stream, ne? Vielen Dank. Da bin ich gerne dabei. Hast du im Sommer schon was vor? Bist du weg irgendwie? Weißt du schon irgendwie? Turnier irgendwas? Nee, keine Turniere. Nee, es gibt ja nichts, ne? Nicht so richtig, ne? Nee. Nee, nee. Von daher, alles easy. Ja. Ja, wahrscheinlich im Juli irgendwann, denke ich mal. Ja. Ich sag dir Bescheid. Okay, okay, okay. Ja, dann bin ich wieder. Ja. Ja. Okay, so A4 gefällt mir ein bisschen. Ja, weiß steht sehr gebunden. Vielleicht kann er E5, kann er sich E5 erlauben? Ich glaube nicht. Am Ende hängt der Bauch auf C4. Ja, ist Dauerschach vielleicht, aber... Ist es nicht. Nee, ist wahrscheinlich noch nicht mal, ne? Nee, genau. Ist noch nicht mal Dauerschach. Ja, nicht so leicht. Vielleicht einfach die Stellung verbessern. König A2, ja schön. Sehr gut. König A2, hey. Einfach mal einen Abwartezug machen. Profilaxe Deluxe, ey. Merlin. Bombe. Bester Zug. Ja, am Ende, die Zeit macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, ja, die macht mir Freude. Die macht mir Freude. Lass dir Zeit am Member. Ja, ich sache. Schöner Probe. Turm G3 hätte ich versucht, seit jemandem. Ja, aber das droht nicht so viel. Wo will er denn hin mit dem König? Jetzt kommt Short. Ich hab dann an G6 oder so, pass auf. Nee, der König G3 ist jetzt ein bisschen zu viel des Guten, aber Turm E5 könnte man jetzt mal probieren. Das steht der Turm auch gut. Ja, Turm E5 kann Schwarz immer spielen, Leute, auch wenn Turm G3 kommt und alles blocken. Aber. Amanda, jetzt zieh bitte, ja komm. Nee, lass dir Zeit. Komm, König wieder zurück. Der steht auf G3 ein bisschen zu offensiv, mein Lieber. Eieiei. Eieiei, ich werd nervös. Ich werd nervös. Was soll denn Turm A3? Bringt doch nix. Der E4 hängt dann. Ja, Turm G5 droht vor allem. Dann ist Zappen duster. Stimmt. Ja, hat er gesehen. Ja, jetzt muss der Turm G3 forciert machen. Er hat keinen Zug. Was wahrscheinlich auch nicht schlecht ist. Ja, ja, ihr wollt ja dann tauschen. Ja, Turm E5 zurück. Ja, Turm E5 zurück wäre gut, aber ich glaube, er wird abtauschen. Aber das hilft weiß. Das hilft weiß. Weil die Dame steht richtig und die deckt alles aktuell. Die deckt alles und da geht's nicht weiter für Schwarz. Schach zurück. Es ist Schach, mein Freund. Das Problem ist, die weiße Dame kann aber nicht vernünftig ziehen, ne? Ja, aber gut. Wie soll Schwarz Fortschritte machen? Das ist die Frage. Das Problem ist, dass weiß jetzt abwarten muss und du weißt, das fällt den Leuten schwer. Sowas wie König H1 oder so. Jetzt kann er wahrscheinlich E5 machen. Macht er auch, weil er Schach von F5 hat. Ja, und? Was bringt ihm das? Ja, das ist dann Remy, das ist Dauerschach. Stimmt, es ist Dauerschach. Hoffentlich sieht er das. Dame F5 Schach. Ja, wird er sehen. Hat er geplant. Merlin. Es gibt keinen anderen Zug auch, ne? Er muss Dame F5 machen. Und jetzt Dame C8 ist Dauerschach mit Dame E6 der Idee. Dame E6. Das muss er sehen. Das muss er sehen. Macht keinen Scheiß, Alter. Man kann nach E7 laufen, versuchen, aber es kommt immer dieses Dame E6 von G8 aus dann. So. Oh, man muss ein bisschen aufpassen. Nein, was macht er denn? Was macht er denn? Er spielt auf Gewinn. Hallo. Er spielt auf Gewinn. Ne, was ist das für ein Gewinn? Ich glaube, der sieht das Dauerschach nicht. Das ist das Problem. Ah, aber jetzt kann er es wieder machen. Jetzt kann er sogar noch den C7 einstecken und dann versucht, mit dem D-Bound zu laufen. Eieiei. Oh. Stellt er den König da hin? Ah, D6. Dame E5 Schach wäre wieder Dauerschach. Also Dauerschach. Ja, Dame E5 Schach. Dame E5, nein. Jetzt macht schwarzes Remis. Jetzt macht schwarzes Remis. Weiß ich nicht. Er macht A3. Oder macht der A3 und geht aufs Ganze. Geht aufs Ganze hier. Unnötig. Unnötig kommt. Unnötig spannend hier. Aus meiner Sicht. Ich beschwöre mich nicht. Er geht aufs Ganze. So wollen wir das sehen. Auf geht's. Remember. Let's go. Was geht denn jetzt hier ab? Und jetzt A2 und jetzt A2. Auf geht's. Oh nein, A2. Nee, A2 Dame C4 Schach. Ah, Dame C4 Schach. Dame C4 Schach. Bitte, hol dir keine Dame. Es ist droht matt. Dame C4 Schach. Oh. Er hat eine Minute Zeit. What? 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 What is this? Mann! Was ist das denn? Das kann er doch nicht machen. Der hat mal... Da! Warum? Warum? Das muss er auch gesehen haben, dass die Dame kommt. Oh Gott. Kaczynski, danke für den Sub. Ich bin komplett verwirrt, aber remember. Ja, gekämpft und ja, irgendwie ist es geholt. Ja, das Problem ist, dass diese Zeit, dass die Zeit nicht genommen wird. Eine Minute Zeit. Ja. Eine Minute Zeit. So viel Zeit. Es ist leider, wird da nicht nachgedacht. Nicht nachgedacht. Dame C4 gewinnt einfach den Bauern hier. Oder man tauscht die Damen mit Schwarz, aber dann... Ist es Remy, weil man sich die Dame holt? Nee, Dame E6 kommt, D8 Springer. Oder was meinst du? Ja, falls der Springer... Falls Dame nicht voreingestellt ist, ne? Falls Dame nicht voreingestellt ist, ne? Das ist eine schöne Variante hier. Dame C4 Schacht, Dame E6, D8 Springer. Und egal, wo der König zieht kann, weiß mit Schacht die Dame schlagen und gewinnt. Mhm. Aber Schwarz würde König E7 spielen. Dame schlägt A2, König schlägt D7 und... Wahrscheinlich ist die Störung gewonnen, aber er weiß... Ja gut, die Partie geht weiter, ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.